Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heroes of the Storm. Wir spielen es mal wieder und da ich das alles am Stück aufnehme, ist immer noch niemand dabei, weil es immer noch die gleiche Zeit ist. Und was wollen wir denn? Genau, das wollen wir. Das war ganz cool. Ah, genau, das ist die Map mit dem Gartenungeheuer. Ich gehe einfach mal mit jemandem auf die Botlane. Ich will endlich mal zu zweit spielen. Und nicht allein in der Mitte. War zwar trotzdem geil, aber kommst du jetzt mal? Kommst du? Komm jetzt. Bei Furion ist das, oder? Ich glaube mal. Und in der Mitte wird schon kräftig. Zack. Zack. Da hat er nicht mitgerechnet, dass ich da schon komme. Und ihn sehe. Kommt. So. Kommt rein. Kommt, den haben wir. Oh, den können wir bekommen. Ah, der nennt mir. Ach, Mann. Ist da schon einer tot. Ja, nice. Wir haben einen gekillt. Nice, nice, nice. Oh, nice. Das fängt ja schon mal gut an. Immerhin steht jetzt 1-1 an Kills. Man kann eigentlich von den, äh, richtigen Kills kann man eigentlich nur bei den Toten gucken. Weil man kann ja nur einmal tot sein. Da kann man eigentlich richtig die Stats nur gucken. Aber da weiß man natürlich nicht, wer, wer den Kill gemacht hat, aber... Braucht man ja auch, wie gesagt, ne? Das ist ja... Ist viel cooler, wenn jeder, der am Kill beteiligt ist, gleichwertig bekommt. Also genauso viel bekommt, wie jemand, der den Kill gelastet hat. Gesteilt hat. Was weiß ich? So, wir sind jetzt hier im Moment zu viert, aber ich denke mal, die anderen hauen jetzt gleich ab. Ich setze mich mal auf. Zack. Immer wieder schön zurück pushen. Meine Ehr hat sich aktiviert. Wir sind in der Nacht und jetzt müssen wir Unkraut töten. Damit wir Samen bekommen, aus denen können wir dann, äh, wenn wir 100 Stück haben, können wir unser, äh, Gartenungeheuer, spawnen lassen. Kommt, erst mal den Turm hier. Ach Gott, ihr müsst schon auch ein bisschen was machen hier. Aber jetzt stehen wir ernsthaft zu viert auf der Lane, aber in der Mitte ist ja auch nichts. Also, können Sie ruhig noch hierbleiben, weil dann können wir ein bisschen pushen. Weil zu viert haben wir sowas von eine Chance gegen die alle. So, zack, erst mal wieder weg pushen. Der Tau ist jetzt mal außer Gefecht. Den anderen machen wir jetzt noch außer Gefecht. Zack, 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 zack. Komm. So, der ist auch noch außer Gefecht. Jetzt erst mal hier automatische Angriffe heilen. Ach Gott, komm. Ach so, der wird von Dienern getötet. So, ein bisschen Hochregen. Das geht echt gut mit diesen Tauern. Und auch noch die Mauern daneben. Die sind auch echt perfekt für sowas. Weil ich Regenerierer pro Schuss elf leben. Und das hilft natürlich schon. Weil ich kann pro Sekunde, glaub ich, einen Schuss machen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Reaktzeit. Aber jetzt gehe ich hier drauf. Wir müssen hier jetzt durchgehen. Und schon mal den ersten Tower holen. Zack. Regenerationskugel. Ich glaube, die Regenerationskugel sucht sich immer den nächsten Gegner, der am wenigsten Leben hat von uns allen. Sozusagen. Na, schade. So, aber den, den Tower hier müssten wir sogar bekommen. Aber dazu bräuchten wir noch ein paar Minions, die tanken. Aber vielleicht können wir auch mal dieses Unkraut da töten. Ich muss mal gucken. Vielleicht gehe ich da jetzt mal hin. Oder nein, nein. Da sind ja schon die Minions. Das bringt's nicht. Dann gehen wir jetzt direkt drauf. Zack. Kuh reinsprayen. Was kann ich hier machen? Ach so, stimmt. Da kann ich diese Typen da rekrutieren. Das mache ich jetzt gerade mal. Ich habe gerade mal Bock drauf. So. Die müssen hier... Na, ne. Bei dem geht das nicht. Schade. Wäre ja auch zu cool, wenn das ging bei dem. Na, mache ich es aber hier. Hier geht's auch nicht. Warte, fuck. Bei welchen geht das denn? Geht das bei irgendjemand? Diese... Da muss doch irgendwo was sein. Ah, das da kann ich aber machen. Braucht ihr eine Talente? Nein, nein, nein. Brauch ich nicht. Das brauche ich natürlich. Ja, genau. Verlangsam. Das bringt's. Zack, der ist auch noch... Oh, das war so unnötig. Ich hätte müssen den hinten holen. Weil der vorne hatte wenig Leben. So, jetzt nehme ich das hier mal kurz ein. Dann kämpfen die mal kurz für mich. Dann mache ich hier den Überraschungsangriff. Nein, vorbei. Weg hier, weg hier, weg hier. Hau ab, hau ab. Ihr seid verletzt. Ja, habe ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht? Ich habe eine Heilbrunnen aufgesucht. Was willst du denn noch? So, ich... Komm, wir gleich. Aber erstmal müssen auch die Krieger hier mitkommen. So, aber klar, doch. Ja, klar. So. Jetzt können wir... Jetzt erstellen wir den Turm. Hundertprozentig. Ach, schade, hätte ich fast getragen. Nicht nachlassen. Ich schieße auf den da, glaube ich. Habe ich jetzt mal wieder müssen. Hop, hop. Ja, genau. Ich habe mich für sie geopfert. Und deswegen muss ich sterben. Und sie stirbt auch. Nice, läuft auf jeden Fall. Das war natürlich eine richtig scheiß Aktion. Aber okay. Ja, ist... Aber im Moment sieht es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Wir haben schon mal hier unten geklirrt. Hier können wir schon mal durchwaschen jetzt. Und ansonsten haben wir... Haben die Gegner auch. Bis dahin. Aber die haben schon zweiten... Wie viele Samen haben die denn, bitteschön? Wir haben null. Ernsthaft jetzt? What the fuck? Was ist denn bei unserem Team los? Wir haben null Samen einfach. Null. Hyperion. Aber jetzt kann man auch keine neuen mehr bekommen. Weil die kann man immer nur in der Nacht bekommen. So. Mal ein bisschen runtergehauen. So. Ach Gott. Zack. Die sind jetzt auch down. Ach. Komm. Hau ich mal Hyperion rein. War zwar ziemlich unnötig, aber egal. Hatte nur 100 Sekunden. Ach schade. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Nein, nein, nein. Die sollen vorgehen, aber die tanken nicht lang. Das ist das Problem. Wir stellen es aber an den Rand. Wow. Jetzt habe ich sie hier alle weggehauen. So. Zack. Zack. Den nochmal ein bisschen weggekickt. Die müssen immer weggekickt werden. Ansonsten. Klappt das nämlich nicht. So. Willst du dich wirklich nochmal hertrauen? Du willst nochmal. Gut, gut. Du willst. Euer Gegner hat ein Vor-Niedergerissen. Okay. Ist ja jetzt ziemlich interessant. Also ein Vor ist ja eigentlich nicht schlimm. Aber natürlich ist er in der Mitte schon ziemlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen. Aber erstmal muss der Turm noch hier zerstört werden. Nein. Na, vorbei. Eins. Ja, nice. Double kill, double kill. Nice, nice, nice. Zweite Aufladung. Genau. So. Und jetzt direkt. Back. Ja, direkt back. So. Was haben wir denn? Was hätten wir können nochmal ein? Wenn Gegner getötet werden, ist an sich auch ganz gut. Aber so oft werden Gegner getötet. Also war es eigentlich eine ganz gute Aktion. 20 Sekunden bis zur Nacht. Und jetzt müssen wir wirklich mal was farmen irgendwie. Irgendwo. Ich weiß halt nicht, wo genau diese Unkrauter. Unkräuter stehen. Die da sind ziemlich nett. Das müsste hier was sein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Nacht. So, wo sind hier jetzt irgendwelche? Ach Gott, die wird schon wieder. Ich glaube, die wird gekillt, ja. Oh, hat dich nicht gesehen. Ach, komm, gerade mal einfach hier an. Muss ich jetzt die Samen irgendwo abgeben, wie bei dieser Gold-Tiplon-Sache? Ich glaube nicht. Ich glaube, die muss man nur sammeln. Dann muss ich noch ein bisschen sammeln gehen. Schick hier. Lauf. Nein, das ist Gegner. Das ist alles Gegnerisches. Das sind alles Gegner. What the fuck? Das waren alles Gegner hier. Oh nein. Das Gegnerische Ungeheuer lebt. Schade. Aber wir haben einfach... Ah, wir haben doch jetzt 40. Ja, es erblüht auf jeden Fall. Noch eine Minute 20. Wir brauchen jetzt Samen. Wo bekommen wir die noch her? So, verlangsamt. Komm. Na, schade, hat mir gereicht. Hat nicht gereicht. So. Wo kann man hier jetzt noch Samen bekommen? Vielleicht hier? Ich weiß echt nicht, wo diese ganzen Ungeheuer sind. Ich kenne mich dazu einfach noch nicht gut aus auf diesen Maps. Sollen wir von hinten drauf? Ich weiß nicht. Wie sind denn da noch? Das sind ziemlich alle noch. Ich gehe schnell hier rein. Das Beste wäre eigentlich, wenn ich hier jetzt da rein gehe. Aber da weiß man halt nie, ob jeder reingeht. Was in dem Fall wieder richtig war. Gehe ich lieber hier hin. Zu dem Heilbrunnen. Ziehe mir was und dann bin ich wieder full life. Dann geht es jetzt hier unten hin zum Verteidigen. Nein. Ach, schade. Das sind einfach viel zu viele. Das sind einfach zu viele. Immerhin ist deren Pflanze weg. Und wir haben 95. Nice. Wir brauchen noch 5. Schnell, hopp. Noch 5 Samen. Aber leider sieht es gerade nicht so gut aus. Wir sind 4 Level vor uns. Oh, das ist natürlich scheiße. Unsere Ziedadelle wird angegriffen. Scheiße. Ja gut, sie wächst. Nice, nice, nice. Boah, endlich. So, was wollen wir? Erster Getroffene. Zack, hab ihn. Nice. Verbleibende Zeit, komm. Wird entfesselt. Noll, dann sind wir die. Und reiß sie vor, eure Gegner nieder. Lol. Was ist die W? Er schafft einen Pflanzer. So. Schade. Mal ein bisschen. So, Speed ist immer gut. Ja, nice. So, die Wirkelpflanze. Nice. Schon wieder zum Schwein gebracht. Zack. Weg hier nochmal. Ich hab nicht so viel Leben, das stimmt. Allerdings. Das ist ja wie Rammus. Nur leider ist es hier. Ah, ne. B mach ich hier hin. E wollte ich machen. Genau die E. Kann ich was aus diesem Heilbrunnen trinken? Oder kann ich recken? Noch 26 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich hier recken kann. Nein, direkt nicht. Gut. Okay. Kein Problem. Geh ich jetzt einfach mal mit meiner E nach vorne. Zum Schweigen gebracht. Überlebt ihn immer lang. Ich muss jetzt voll reingehen. Oh, schade. Oh, ulti, 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 ulti. Ich will die Ulti machen. Ulti, ulti. Schade. Das war wieder... Zack, betäubt. Nice, das heißt, tot. Nice, das heißt, das war gut. Zum Glück war mein Hyperion da oben noch. Aber wir müssen auf jeden Fall auch jetzt mal ein bisschen pushen. Das kann nicht so weitergehen. So. Dann. Wir sind Stufe 19. Okay, wir rücken ihn langsam wieder auf. Der Anzelladeller hat 100% und unsere hat 100%. Ist natürlich nicht so gut, aber immerhin hat unsere noch... Oh, wir haben wieder 45 Samen. Oh, das... Diesmal sind wir ein bisschen früher. Aber wir müssen natürlich auch nochmal was machen. Wir müssen unbedingt noch was machen hier. Mauern stehen keine mehr zum Hochrecken. Schade. Wow, alle mit einem Schiff. One Shot. So. Gehen wir einfach drauf, würde ich sagen. Komm einfach drauf. Guck mal, wie schnell der down geht. Ich bin alleine da und ich krieg den fast down. Ich krieg den locker down. Easy. Aber nicht, wenn ich jetzt wieder angegriffen werde von allen. Und unsere mal wieder pussyhaft weglaufen. Wir wären 3 gegen 3 gewesen. Warum haben die das dann ja gemacht? Und jetzt werden sie auch zerstört. Weil sie zu scheiße sind. Guck. Äh, die sind auch innerhalb von 2 Sekunden jetzt down. Die sind jetzt auch gleich down. Wären sie mit mir gegangen, hätten wir wenigstens eine Chance gehabt. Oh. Zusätzlich Flächenscharn. Guck, jetzt seid ihr auch alle tot. Was wollt ihr denn? Ihr seid so dumm. In dem Sinne. Oh Gott. Jetzt laufen die auch noch in unsere Base rein. Wir müssen unbedingt jetzt da drauf. Hopp, sofort. Hopp, sofort dahin. Ich komme in 10 Sekunden. Überlebt doch einfach noch so lange. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alles verteidigen hier. Ansonsten haben wir keine Chance. Einfach mal Hyperion rufen. Zack, betäubt. Die Hyperion-Fähigkeit ist jetzt wirklich verbessert, weil die jetzt Flächenscharn macht. Was ist denn da los? So. Nein, ich bin betäubt. Wie viele Leben habe ich noch? Ah, ich habe Full Life. Gut. Also, Half-Life habe ich circa. Zack, gekillt. Easy. Nein, 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 nein. Stell, stell, stell. Zurück in die Base, zurück in die Base. Oh, nice. Ich schau mal aufsetzen. Das geht instant, lol. So. Das reicht jetzt eigentlich mal kurz. Wir haben 60 Samen. Gut. Der war voll vorbei. Diese Kuh war ja mal gerade voll schlicht. Aufsetzen. Wir müssen unbedingt jetzt durchwaschen. Durchwaschen. Aber wo geht der denn hin? Was macht der denn gerade? Achso, die ist ungeheuer. Ja, klar. So. Gut, da helfe ich dann auch mal gerne. So, also das müssen wir jetzt nochmal erpacken. Wir sind immerhin zu viert hier. Und der fünfte kann jetzt auch noch die Base zerstören. Äh, die Base treffen natürlich. Zerstören wäre natürlich auch geil, aber packt er nicht. Nice, wir haben genug Samen. Also dieses Ungeheuer, da bringt echt viele Samen anscheinend. Der hat meist betäubt. Boah, dieses Betäuben hält sowas von kurz an. Ja, die haben auch. So, mal ein bisschen verlangsamt und vielleicht auch gestunt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir brauchen jemand, der... Nein. Ah, jemand muss jetzt unbedingt in dieses Ding rein. Gut, dann gehe ich halt rein, wenn niemand rein will. Zack, so. Die Ultima. So, kommt. Ah, dieses Ungeheuer hat nicht viel Leben. So, kommt. Komm, du Schlingpflanze, nimmst dir alle. Schade. Nein. Oh, das verlieren wir. Das verlieren wir, glaube ich. Sieht nicht gut aus. Wobei, jetzt nochmal einen schönen Teamfight reinhauen. Wird natürlich nochmal einiges reißen, wenn wir jetzt Pentakel machen würden. Aber dazu kommt es, glaube ich, einfach nicht, weil wir... Weil wir einfach nicht gut genug dafür sind. Außerdem fehlen uns schon wieder zwei. Nein, ich packe das nicht gegen die alleine. Boah, war das knapp. Komm, komm. Komm, go, 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 go. Ich muss hier sofort hin. Ich muss hin. Ich muss hin. Führt keinen Weg vorbei. So, betäubt. Nice. So, oh, nice. Wir sind alle da. Wir sind alle da. Ich gehe nicht nach vorne. So, wir gehen jetzt alle da drauf. Ach so, das ist einer. Lol. Ich dachte gerade, wir sind drei Leute. Ein paar können ja deffen und wir greifen hier an. Schnell aufsitzen, dann bin ich ein bisschen schneller. So, betäubt. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Na gut. So, boah, nice. Die Ulti sieht jetzt echt nice aus. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ach, Mann. Der andere lebt noch. Aber der lebt auch nicht mal lang. Naja, das war's. Schade, war ein nicees Game. Aber sollte einfach nicht sein. Es war... Ja, naja, man muss ja auch mal verlieren. Also dann würde ich sagen, war trotzdem GG und ich kann nichts mehr schreiben. Nice. Auf jeden Fall war ein nicees Game. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei. Und lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss. Schade, 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 schade